Das heißt also bei Bronze einen, bei Silber zwei und bei Gold drei. Margot, ich war 14 Nächte lang voll wie eine Hacke. 204 Medaillen. 102, wenn es recht ist. Ja, in dem Zustand habe ich die alle doppelt gesehen. Also entschuldige bitte, aber du musstest doch vormittags in deinem Büro arbeiten. Du musstest doch wach sein. Ja, seitdem weiß ich, dass es stimmt, dass der Büroschlaf der gesündeste ist. Ja. 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 Ja.